Leute, was geht? Wir waren jetzt wieder drei Tage inaktiv. Warum? Weil ich nach Deutschland geflogen bin. Morgen fliege ich nach Malta. Ich lese sehr oft eure Kommentare. Ihr schreibt immer, dass der Ton nicht passt oder mit dem Sound übereinstimmt. Wir versuchen das mal zu fixen nach diesem Video, vielleicht bis zum Stream. Haben wir das geklärt. Neue Folge Ehrenlose Memes, inzwischen Folge 19. Ich hoffe auf den ein oder anderen Lachkick. Los geht's. Wer macht? Der eine sagt, anonym, der andere versteht Ananen, deine Mutter und wird sauer, okay. Anonym. 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 Ich hab aufgegessen. Wallastark Pewi, du gehst mit deinem chinesischen Kumpel grillen Hä, und? Puff, du gehst mit chinesischen grillen Puff, er sagt Puff, Bruder Ich bin mir ganz am Meer mitgebracht Walla, ich verstehe den Witz nicht Was geht, man? Du bist im Urlaub Marokko und bringst euch jetzt hier Spätes nach Deutschland, bitte nicht Ich kam aus meinem Urlaub wieder aus Marokko Ich gucke so, ich fühle meine Klamotten raus Ich gucke so rechts Ich seh das Ist doch nicht echt Guck dich das, Mann Sieht aus wie ein Pock, Mann Was ist das, Bruder? Walla, guck dich das Bruder, weg damit, hallo Boah, Bruder, nee, mag ich nicht Wenn du deine Freundin fragst, ob du mit deinen Jungs in den Urlaub darfst Fin lights Jašinan olaya bak Gel gel Na yapıyor oğlum í o Everyone im i you. Dur, guck. Schst! 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 Anang! Schst! Schst! Ohuuh. Ja, mit Kangal ist nicht zu spasen. Hat jemand Türkische Meme bestellt? Das war so, dass wir in diesem Video auch in Hot Girl Summer was wir machen und was wir nicht machen können. Ich spreche die Sachen. Ich versuche meinen Namen. Du hast dich auf deine Pizza-Tono gefreut. Warum ist da Salat drauf, Bruder? Hä? Was zur Hölle, Bruder? Ist der neu? Und wer hat das mit mir gegessen? Nachhin sei der natürlich geil. Schick mal gesammelt. Ola geil. Er lebt in 2069. Ola stark. Jetzt steht mir Bushido auf an dem Tisch. Digger. Hör mal zu. Wenn ich sag, ich f*** dich. Dann f*** ich dich auch. Ja. Jetzt f*** ich noch. Jetzt f*** ich noch was. Aber du hast direkt reingelassen. Es reicht. Tschüss, Bruder. Er hat einen Roman geschrieben. Wart mal kurz. Stell dir mal vor, du schaust TikTok auf entspannt. Hab keinen TikTok. Auf einmal siehst du deine Mom mit deinen Tanten live machen und die denken, das wäre FaceTime. Alles nur das nicht, Bruder. Ich habe 3.000 Euro und suche mein erstes Auto. Hier rein. Ich habe 3.000 Euro. Ich habe 3.000 Euro. Ich habe 4.000 Euro. Ich habe 4.000 Euro. Mein lieben Zuschauer da draußen. TikTok ist das Schlimmste, was der Menschheit passieren konnte. Ich habe 4.000 Euro. Ich habe 4.000 Euro. Manchmal liebe ich meinen Job. Ich muss ein neues Loch bauen für neue Toilette. Wenn ich jetzt hier aufdrehe. Jetzt wird noch was rauskommen. Huh? 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 Was macht die da, Bruder? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der... Aber wieso macht sie das, Bro? Tagesschau. Ich... Ich hau... 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 Ich... Du schoß auf. Mit Afrikanische Synchro. Alles du das nicht. Water. Erde. Ne. Über Aussprachen von unseren Mitbürgern mache ich mich nicht lustig. Feuer. Luft. Vor vier Jahren hatten die vier Nationen zusammen. Doch da kam die Feuer Nationen und hat gesagt, wir mag Krieg. Na ja, ist alles teurer geworden, Jungs. Bisschen sparsam werden. Ich will die originale Version, Bruder. Die kennen wir doch schon. Schade. Wenn sich zwei Freunde streiten und sagen das, würde ich mir aber nicht gefallen lassen. Das sind die cringesten Storys der Welt. Imagine, du bist der meistgefolgte Mensch der Welt und du machst einmal die Woche eine Story aus der Sauna. Ist das ein Käfer? Nein. Was ist das? Bruder, sorry. Bruder, ich hasse Spinnen. Boah, war das eklig, Bruder. Mein Glanz. Aber ich habe die Träne. Ja, ja, ja. Boah. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sind Kurdistan. 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 Israel ist Kurdistan. Ah, ich habe Fische. Ah, mira, ich habe Fische. Ich habe achten die Frage, was passiert hier bitte. Muhammad Nabi. Bruder, was passiert hier? Wie haben die das gemacht, Bruder? Bro, die sind auch noch mich stolz, markieren sich überall auf diesem Auto. Aber die haben einfach noch das Tor dabei. Ehrenlose Clips der Woche, ich bin gespannt. Digga, es hat bei mir voll lange dort, dass ich es nicht verstehe, aber... Was soll ich dir sagen, Bruder, was soll ich dir jetzt sagen dazu, Bruder, ich sag dir zu einfach gar nichts. Einstein! Er war Männersauer? Albert Einstein! Albert! Oh, oh nein. Ey, okay, okay, verspart! Oh mein Gott! 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 Rapper AZ erstmal vor Club auf dem Beten! Ja, was denn? Hä? Lass dich doch beten, Bruder! Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere ehrenlose Memes reagieren sollen, macht einfach... Heute macht ihr einfach gar nichts, Digga! Wir sehen uns 22 Uhr live im Stream. Danke fürs Einschalten! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! bankrupt James Bis zum nächsten Mal! реer Cut Fox 17